Einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Guten Morgen Börse heute hier gemeinsam mit XTB. Es ist Mittwoch, der 14. Juni 2023 und es ist der Tag der Tage. Wir wollen es nicht übertreiben, aber es ist auf jeden Fall FED-Leitzinsentscheidungstag. Und nach den Inflationszahlen gestern, die veröffentlicht worden sind, auf Jahressicht mit 4%, stellt sich natürlich heute die Frage, hat das Auswirkungen auf den geldpolitischen Kurs seitens der FED? Nicht zwangsläufig heute, denn dass die FED heute eine Pausierung ihres Zinsanhebungszyklus kommuniziert, das dürfte ausgemachte Sache sein, sondern hat das besonders Auswirkungen auf die Schritte, die in den kommenden Monaten folgen? Das ist die Frage, das wird das sein, womit wir uns in den folgenden Minuten hier beschäftigen werden, wofür wir dann entsprechend auch ein Gameplay natürlich entwickeln wollen, entwerfen wollen, jetzt bereits für das, was zu erwarten ist in Bezug auf den DAX, aber ganz besonders für mich jedenfalls im Hinblick auf den S&P 500 bzw. den Nasdaq 100. Bevor wir beginnen, natürlich ganz wichtig, der Risikohinweis. Die Vision CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, die werden auf Margin getradet und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren, ausgehend von der Hebelwirkung, sind sie nicht für den Anleger geeignet. Bevor man mit dem Handel beginnt, erstelle mal bitte sein persönliches Risikoprofil und lade sich dann auf xdb.com.de kostenlos eine Demo herunter, wo man den Handel risikofrei testen kann, schauen, ob das persönliche Risikoprofil mit dem Risikoprofil, welches CFDFX Produkten inne wohnt, ob das korrespondiert und sofern man das dann mit Ja für sich beantwortet, hat man natürlich auch die Möglichkeit, ein Live-Konto zu eröffnen. Alle Informationen diesbezüglich, ganz besonders der ganze Risikohinweis, findet ihr auf xdb.com.de. Darüber hinausgehend auch gerne die Möglichkeit nutzen, den Kundensupport für Rückfragen zu kontaktieren. Mögliche Interessenskonflikte, auf die seien an dieser Stelle verwiesen, Positionen, die ich halte, aktuell nicht halte, aber nichtsdestotrotz, auf die würde ich an dieser Stelle hier hinweisen. Ganz wichtig, auch darauf hinzuweisen, alles, was ich hier präsentiere, sind meine Gedanken, Gameplan, Ideen, so wie ich die Situation heute im Hinzug beispielsweise auf die FED sehe. Aber es ist keine vollumfängliche oder beziehungsweise generell gar keine Anlageempfehlung, sondern es ist einfach nur ein edukatives Event, wo ihr bitte die Inhalte entsprechend als edukativ auch entsprechend interpretiert, aufnehmt und dann ausgehend von eurer persönlichen Risikopräferenz entsprechend euer Trading eben absetzt. Ganz kurze Erwähnung im Hinblick auf xdb, bester Broker, CFD-Broker des Jahres 2023 bei der Brokerwahl. Die Gründe, die dazu geführt haben, findet ihr in der Mitte aufgelistet, ein Grund mit Sicherheit auch der 0,8-Punkte-Ziel-Spread, den ihr im DAX findet, auch hier alle Informationen auf der Webseite. Auch die X-Station spielt sicherlich eine ganz, ganz wesentliche Rolle und genau auf diese wollen wir jetzt hier einen Blick werfen. Den DAX einmal auf Stundenbasis uns anschauen, nach dem erfolgten Break über die 16.100er-Marke weiter mit Bullishness. Wir haben gestern, ich will das mal ganz kurz hier auf der 5-Minuten-Ebene zeigen, wir haben gestern einen kurzen Spike hier auf der Unterseite gesehen. Man könnte, man würde sagen im Nachgang klassischer Retest der Ausbruchregion um 16.100 Punkte und der erfolgte auf die Veröffentlichung der gestern veröffentlichten Verbraucherpreise. 4% veröffentlicht worden, mit 4,1% erwartet gewesen. Wie gesagt, größtenteils eingepreist gewesen. Wie interpretiere ich an dieser Stelle eingepreist? Nun eingepreist interpretiere ich dahingehend, dass ich mir anschaue, wie hat sich jetzt die Erwartung im Hinblick auf die heute anstehende FED-Leitzins-Entscheidung verändert. Und wir können jetzt hier erkennen, es hat sich nahezu fast gar nichts verändert, beziehungsweise sie hat eher dazu geführt, dass das, was eigentlich mit 3 von 4 Marktteilnehmern erwartet wurde, 75%iger Wahrscheinlichkeit, jetzt bei 95%iger Wahrscheinlichkeit liegen. Also kurz zur Erklärung, was das ist. Das ist das FED-Watch-Tool von der Chicago Mercantile Exchange. Das wird hier ausgehend von einem Optionsmarkt erstellt, ein Modell, welches dann eben vom Pricing der Optionen offenbart, mit welcher Wahrscheinlichkeit sieht der Terminmarkt, welches Zinsniveau seitens der FED auf den jeweiligen Sitzungen hier oben entsprechend mit den Tabs. Heute eben der 14. Juni und 95%iger Wahrscheinlichkeit, dass heute keine Zinsanhebung stattfindet. Das, was eben interessant ist und das, was auch für heute relevant ist und was auch den Gameplan, den wir skizzieren, ganz wesentlich sein wird, ist das, was erwarten wir denn auf den kommenden Sitzungen. Ganz besonders denke ich, was erwarten wir für den Juli. Erstaunlicherweise, trotz dieses Sprints bei 4% gestern unter der Erwartung reinkommt und somit mit einem Leitzinsniveau an aktuell 500 bis 525 Basispunkten, haben wir dennoch eine Erwartung, dass die FED den Leitzins um weitere 25 Basispunkte auf ihrer nächsten Zinssitzung im Juli in 6 Wochen also anhebt. Und das ist deswegen erstaunlich, weil nochmal wir dann in diesem Fall über 100 Basispunkte, ein höheres Leitzinsniveau hätten, als die Verbraucherpreise uns hier eben entsprechend zeigen. Wirft die Frage auf, wo kommt diese Erwartung her erstmal? Ich könnte mir vorstellen, dass das mit der Kerninflation zusammenhängt, die gestern wieder bei 5,3% veröffentlicht worden ist. Also die Kerninflation rechnet raus, variable Güter bzw. preisvolatile Güter, so ist es vielleicht mal besser formuliert, wie Kraftstoff, wie beispielsweise Lebensmittel. Die sind immer noch bei 5,3%. Ausgehend hiervon könnte die FED geneigt sein zu sagen, wir heben den Leitzins nochmal an, um entsprechend eben hier auch diese anderen Güter, Kraftstoff und Lebensmittel exkludierend eben von der Preisentwicklung runterzubringen. Wie auch immer geartet, nochmal, das was wir erwarten seitens des Marktes wird um 20 Uhr veröffentlicht. Es wird veröffentlicht, dass die FED bei 500 bis 525 Basispunkten stehen bleibt. Damit haben wir keine neuen Informationen. Wir werden zu diesem gleichen Zeitpunkt, auch das kann ich jetzt schon sagen, einen sogenannten Dotplot veröffentlicht sehen. Es findet immer quartalsweise, hier gibt es eine Economic Projection, also das was die FED sieht für die Zukunft im Hinblick auf die wirtschaftliche Entwicklung. Und das ist alles sehr, sehr skriptisch, dieses PDF, aber das was für uns als Trader relevant ist auf jeden Fall und worauf wir einen Blick werfen sollten, das ist dieser sogenannte Dotplot, wo jeder Punkt ein stimmberechtigtes FED-Mitglied ist. Sollte sich der hier nicht verändern und davon ist auszugehen aktuell, wenn man sich auch ganz besonders anschaut, wie gesagt, was der Termin mag, ganz kurz vielleicht zur Erklärung. Hier unten sind die Jahreszahlen, die Punkte sind stimmberechtigte FED-Mitglieder und hier auf der Y-Achse sieht man das entsprechende Zinsniveau. Also das bedeutet, wenn jetzt hier die meisten Punkte bei 500 bis 500 oder 5% bis 5,25%, also 500 bis 525 Basispunkten liegen, dann bedeutet das, dass die FED-Mitglieder Ende des Jahres, 2023, also erwarten, dass der Leitzins innerhalb dieser Spanne eben verweilt. Das ist auch das, was der Terminmarkt mittlerweile spielt, wenn wir hier jetzt auf dem Dotplot, äh, ausgehend vom Dotplot ins FED-Watch-Tool gehen, dann sehen wir, dass hier die Wahrscheinlichkeit des Marktes fast 80% beträgt, dass wir bei 500 bis 525 Basispunkten liegen. Ich formuliere das mal anders, nachdem wir zu sehen bekommen, es gibt keine Zinsanhebung und wir bleiben bei 500 bis 525, wird der Markt als nächstes auf diesen Dotplot schauen. Auch hier erwarte ich keine große Veränderung. Das bedeutet für unser Trading heute Abend in Bezug auf die FED, wir haben jetzt schon ungefähr eine Timeline, an der wir uns orientieren können. Das wird um 20 Uhr veröffentlicht. Das, was Impulse liefern wird, wodurch wir eine Bewegung, sei es auf der Ober- oder auf der Unterseite, auf den Weg gebracht sehen, das wird ab 20.30 Uhr kommuniziert in der Pressekonferenz mit Jay Powell. Und hier wird die Haupt-, der Hauptvokuss, die Rhetorik wird darauf liegen, dass man eben darauf achten wird, wie äußert sich Powell in Richtung, wie geht es weiter. Ja, weitere Zinsanhebungen sind eine Option. Wir überlegen, den Leitzins weiter anzuheben, sofern sich keine weiteren Spannungen beispielsweise innerhalb des Bankensektors, regionaler Bankensektor zeigen. Das könnte eher dovisch interpretiert werden, also eher dahingehend, die FED wird sich das zweimal überlegen, ob sie den Leitzins nochmal um 25 Basispunkte auf der Juli-Sitzung anhebt. Das wiederum wäre dann etwas, wo man eigentlich sagen würde, das wäre positiv für Aktien, nur ist jetzt eben der Punkt, also man könnte ganz simpel argumentieren, dass man einfach sagt, Zinsanhebungen sind Gift für Aktien, simpel gesprochen. Jetzt ist allerdings der Punkt, dass wir schon relativ weit gelaufen sind auf der Oberseite. Das bedeutet, wir haben einen Chancen-Risiko-Verhältnis-technischen Modus, der für die Long-Seite eher ungünstig ist. Das heißt also, ich wäre nicht überrascht, wenn wir dann auf die Kommentare von Powell, auf Signale und vor allem das Unterschreiten der ausgebildeten Handelsspanne auf die Zinsentscheidung ab 20 Uhr und die damit korrespondierende Kerze, wenn wir diese Tiefs rausnehmen, dass wir dann eine Korrekturbewegung auf den Weg gebracht sehen, eher Bearishness zu sehen bekommen, die uns im Falle des S&P führen würde. Ich bin jetzt hier auf den 15-Minuten-Chart, das kann ich von gestern mal rausnehmen, denn auf die Inflationszahlen haben wir gesagt, tieferen Hochs, die ausgebildet werden, vielleicht als Short. Die tieferen Hochs sind offensichtlich nicht ausgebildet worden, also ist das Szenario hinfällig an der Stelle. Wenn wir also jetzt an dieser Stelle dann entsprechend eine Rhetorik gewählt sehen, die in irgendeiner Weise eher als restriktiv interpretiert wird, dass wir dann einen Pull-in zu sehen bekommen, wenigstens mal in Richtung dieser Trendlinie, vielleicht auch ein bisschen übergeordnet, Richtung 30 Minuten, vielleicht in Richtung dieser Trendlinie hier. Das wäre dann ungefähr eine Korrekturbewegung, würde ich sagen, roundabout bis in Gefilde um 4.270 bis 4.230. Man sollte es nicht überinterpretieren, denn Fakt ist natürlich, wir haben aktuell einen Volatilitätsindex, ein WIX, der notiert bei unter 20 Punkten um 15 Punkte. Da ist jede Bewegung größer 30, 40 Punkte, also 1%, die wir uns auf der Ober- und Unterseite bewegen, wird als ziemlich volatil wahrgenommen. Aber nichtsdestotrotz, auf jeden Fall könnte chancerisikoverhältnis technisch hier ein bisschen Fleisch am Knochen sein für einen solchen Pull-in-Trade in Richtung der 4.300, 4.270er Region. Roundabout sollte die Rhetorik von Paul in diese Richtung gehen. Eins sollten wir uns auf jeden Fall vor Augen führen. Denn jeglicher Impuls auf der Unterseite könnte aggressiv zurückgekauft werden. Es könnte nämlich dazu kommen, dass wir, und das ist etwas, das sieht man im Commitment of Traders Report, den habe ich hier mal vorbereitet, wir sehen, dass wir immer noch eine extrem hohe Netto-Short-Positionierung der spekulativen Kräfte sehen, im Commitment of Traders Report, mit über 300.000 offener Short-Position. Das heißt, auf Flushs auf der Unterseite könnte es sein, dass es ein sogenanntes Short-Covering gibt. Also das heißt, dass Korrekturbewegungen, die auf den Weg gebracht werden, nur kurz anhalten und dann relativ zügig wieder zurückgekauft werden durch entsprechende Eindeckungen, die hier seitens dieser Non-Commercials innerhalb des Commitment of Traders Reports auf den Weg gebracht werden. Und das wäre es eigentlich schon im Hinblick auf die FED gewesen. Also Schlüsselevent, Leitzinsentscheidung 20 Uhr, beziehungsweise Economic Projections 20 Uhr, beides keine große Überraschung zu erwarten. Das, was einen Impuls liefern wird, wird FED Chairman Paul sein mit seiner entsprechend gewählten Rhetorik. Jegliche Rhetorik, die gelbpolitisch in Aussicht stellt, eine weitere Zinsanhebung ist denkbar, trotz der Spannungen oder nur dann, wenn die Spannungen sich im Bankensektor nicht so dramatisch darstellen. Nein, das wird das Zünglein an der Waage sein, also eine, nennen wir sie, rhetorische Finesse an dieser Stelle, die entscheiden wird, wie scharf ein Impuls auf der Unterseite stattfindet. Wenn wir die Rhetorik zu sehen bekommen, Zinsanhebung 25 Basispunkte auf der Juli-Sitzung ist eine Option, durch die weiter hohe Kerninflation beispielsweise, wäre das nach dem jüngsten Run auf jeden Fall ein Grund, den S&P zurücksetzen zu sehen, Richtung 4.270, 4.300 Punkte ungefähr auf der Unterseite. Alternativ fortschreiben, dieses Bullischen Modus, das wäre ein starkes Signal. Wenn wir nicht abverkauft würden, sondern trotz solch einer Rhetorik auf hohem Niveau halten, dann wäre nicht auszuschließen, dass der S&P zeitnah zügig auch über die 4.400er Marke läuft. Soweit meinerseits. Happy Trading, viel Glück, viel Erfolg mit der FED-Leitzensentscheidung heute Abend. Habt euch wohl, bis dann. Und tschüss.